Hier sehen wir eine Schuhkabine, Mehrblick für drei Personen, mit Begebernkleiderschuk. Hier sehen wir eine 4-Bit-Kabine, eine 3-Bit-Kabine. Das ist schön, das ist auch schön gut. Hier hat man dann einen begehbaren Kleiderschuk. Eigentlich ganz toll. Und hier vorne ist dann die Dusche, die Toilette, das war Schwecken. Kleberanlage zentral gesteuert.